Hi, ich bin Thorsten und arbeite beim Rheinkreis Neuss. Ich habe beim Rheinkreis Neuss in der Leitstelle als Rettungsassistent angefangen und habe hier die Möglichkeit bekommen, meine Brandmeisterausbildung zu absolvieren. Durch den Rheinkreis Neuss wurden mir diverse Führungskräfte-Lehrgänge ermöglicht, sodass ich mittlerweile als Dienstgruppenleiter in der Leitstelle eingesetzt bin. Außerdem bin ich Ansprechpartner für die Kollegen hier in der Leitstelle bei Fragen oder Herausforderungen. Wir in der Leitstelle sind Tag und Nacht für die Bürger im Rheinkreis Neuss da. Bei ungefähr 1000 Anrufen am Tag und 90.000 Einsätzen im Jahr ist das natürlich nur als Team machbar. Privat baue ich auch an meiner Zukunft. Derzeit baue ich mein Haus um. Außerdem bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Hier schließt sich der Kreis.